so leute herzlich willkommen zu einer weiteren runde pvz gb 1 natürlich auf playstation ich hoffe euch geht es soweit gut und wir beginnen mal die runde schauen wir mal wer da zuerst die 50 kills zustande kriegt wo willst du dahin er schlag meister werde ich schon mal nicht hey 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 nicht da die killstil den habe ich auch schon ein paar mal angehittet so haben oder kommt vom ingenieur der bruder hey 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 ruhe da ende gelände scheiße hat er mich noch gekriegt ich warte mal ab ob da irgendjemand vorbeikommt und mich wiederbelebt komm erbchen erbselein kommt vorbei hallo hallo nicht erbselein kommt nicht vorbei so wartet meine leute ich komm schon wieso hat den jetzt nicht gekillt der super mich schon von der teamstärke her sind wir gleich groß also von der mengenanzahl her der freundlichen allstar ja trotzdem danke so gang zurück legen und turbo einschalten man die sind immer da ein gruppe arschgeigen wir sind jetzt schon etwas näher wir sind schon etwas näher so wir sind schon etwas näher So, wieder einer weniger. Uh, ich muss mal kurz weg. Ja, natürlich, da hinten krieg ich den nicht, scheiße. Na ja, dann kümmere ich mich mal da um den Ali's da. PAM! Mann! So, die Zombies brauchen nur noch 25 zum Sieg. Ja, gut zu wissen. So, beide erledigt. Mann, bei mir ging der Controller grad nicht. Danke. Uuuuh. Okay, komm, heil mich mal kurz. Ich warte mal. So. So sind die alle auf einem Haufen. Du hast natürlich überlegt. Überlegt, ja, überlebt. Dann hat mir noch irgendein anderer den Kill gesteilt. So. Happen. Uh. Okay. Okay. 31 zu 43. komm schon so wo seid ihr denn? Zombies! Hallo Zombie! Hallo Hallo! Hier bin ich! Komm mal her! Junge! So jetzt lässt du mich da mal vorbei! Komm mal her Ingenieur! Allgemeine Verkehrskontrolle! Hier Presslufthammer war zu schnell! Also Whiteout 8! Ja ich 12! Vergebacht 9! Ja auf jeden Fall Abschussmeister bin ich wieder mal geworden! Wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und natürlich schaut das nächste Mal wieder rein! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.